Gut. Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Leben. Ja, wir sind hier in unserer schönen Bude und heute ohne Facecam, weil die hat gestern irgendwie gespackt und ich musste irgendwie jetzt wieder hinbekommen, so. So, und zwar die schrecklichste Nachricht aller Nachrichten, wie ihr seht, Eisen, 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 nur eins Enchanted, Stein. Gut Leute, und zwar es gab gestern einen tragischen Zwischenfall im Stream von Herr Bergmann und zwar hat Takashi die Redaktion angegriffen und dabei sind meine kompletten Sachen und vom Delay die kompletten Sachen weg. Das Ganze ist so passiert, er ist Delay nachgerannt, Delay hat schon gebrannt durch seinen Pfeil. Ich wollte hinter Takashi Lava setzen und habe die Lava genau da hinter Takashi gesetzt und die Sachen, die gedroppt wurden von Delay, sind alle in diese Lava geflogen. Toll, dabei waren auch meine und ja, deswegen ist das jetzt alles kaputt. Aber, liebe Freunde, ich war heute mit Herr Bergmann, ähm, schön farmen und wir haben, wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wo sind sie? Hier. Wir haben Diamanten gefarmt und das hier waren nicht nur elf Diamanten Ohr, sondern wir haben insgesamt nur zehn gefunden, haben diese aber verdoppelt mit der Glücksspitzhacke und haben somit 22 bekommen. Davon eben die Hälfte Herr Bergmann und die Hälfte ich und wir gehen jetzt unsere Glücksspitzhacke natürlich sofort reparieren und da wir ja kein Amboss mehr haben, machen wir das natürlich bei Wolkenkrieger. Und ja, ich werde die Folge heute so um die zehn Minuten halten, wieder ein bisschen kürzer, weil es ist heute schon wieder ein bisschen später und da bin ich schon mal ganz schön gespannt. Ich möchte heute ein kleines Thema anreden, was ich sagen muss, mich wirklich sehr ärgert, was mich aber jedoch auch sehr, wie soll ich sagen, ähm, es, also es freut mich auf der einen Seite, auf der anderen Seite finde ich es auch total schlimm. Und zwar geht's um, ähm, die Freundschaftsanfragen auf dem Gomme-HD-Server. Äh, wie viele wissen, nehme ich derzeit fast alle Anfragen an, die ich bekomme, einfach nur, weil ich jemand sein möchte, der mit seiner Community interagiert, der mit seiner Community spielen möchte. Jedoch regen sich ganz viele auf, oh, du antwortest nicht oder Boomstocki, wieso, ähm, nimmst du die Partyanfrage nicht an und so, Leute. Ich bin jetzt mittlerweile schon so weit, dass ich die Leute alle annehme. Aber bitte verlangt nicht von mir, dass ich auf jede Nachricht sofort antworten kann oder auf jede Nachricht antworte, wenn ich gerade unter dem Spiel bin oder nur Fragen gekommen wie, kannst du mir die Leben-IP geben, die Leben-IP, die Leben-IP, die Leben-IP. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, äh, bei sowas antworte ich sowieso nicht, denn ich werde diese IP von diesem Server natürlich nicht veröffentlichen. Das ist natürlich mal logisch. Und da nachzufragen, bewirkt eher das Gegenteil. So, jetzt haben wir uns hier reingebaut, weil wir kleine Gangster sind. Dann reparieren wir die mal. Oh, was? Vierund... Vierunddreißig Level. Oh, mein Gott. Damit die komplett frisch ist, kostet das fünfunddreißig Level. Ja, gut, Leute. Ja, gut. Dann gehen wir jetzt spontan... Dann gehen wir jetzt spontan in den Neta, Leute. Dann gehen wir jetzt spontan in den Neta. So. Zack, zack. Und ja, das ist halt das, was ich sagen möchte. Ihr könnt mir gerne auf Gommel eine Freundschaftsanfrage schicken. Ich heiße dort einfach nur Boomstoggy. Aber bitte, 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 Leute. Ich bitte euch noch 100 Millionen Mal, bitte, ähm, macht das nicht, ja. Ja, also, es gibt Leute, die nehmen hier gar keine Anfragen an oder die beantworten überhaupt keine Kommentare. Das versuche ich alles zu machen. Ich versuche, ihr könnt mir nachscheuen von mir aus. Ihr könnt gern in der Runde mit dabei sein. Aber bitte hört auf, mich so zu zu spammen. Das macht mich nicht glücklich. Das macht euch nicht glücklich, wenn ich dann sauer werde. Und, ähm, zum Beispiel heute hatte ich auch einen Fall. Da war ein User, der hat die ganze Zeit, wollte der die Leben-IP haben. Und dann habe ich gesagt, als würde ich die Leben-IP weitersenden. Sowas mache ich nicht. Äh, sowas dürfte ich auch nicht. Und wieso sollte ich das tun? Dann hat mir diese Person Geld geboten. Ich habe gesagt, das ist ganz schön dreist und ich würde das niemals tun. Und danach hat er gesagt, scheiß Spaß. Gut. Ähm, oder fick dich oder irgendwie sowas. Da denke ich mir immer so, okay, ist es jetzt mittlerweile schon so weit, dass Leute über solche Wörter gehen müssen. Nur wegen so einem, wegen so einem Server. Nur weil Leute irgendwie zwanghaft hier irgendwie drauf wollen. Also, ich muss sagen, das hat mich sehr verschreckt. Und ich hoffe mal, dass es in Zukunft nicht mehr so sein wird. Weil, sonst muss ich echt sagen, werde ich keine Freundschaftsanfragen mehr auf Gomme annehmen. Ich habe die Nachrichten jetzt auch schon deaktiviert. Und werde sie im Laufe des Tages mal wieder anschalten. Aber wenn ich merke, ich werde wieder zu viel zugespampt, dann deaktiviere ich die ganz einfach. Weil, ich muss sagen, ich bin gern für euch da als Spielepartner oder was weiß ich. Aber dann in irgendeiner Weise zu beleidigen oder so. Nee, Leute, das sehe ich nicht ein. Und das nur dann wegen einem Spiel. Nee, das ist nicht so. Das ist nicht so meins, ne? So, dann gehen wir jetzt erstmal schön in den Neta. Boah, die Behutsamkeitshacke habe ich dabei. Das hilft mir natürlich nichts. Denn ich möchte ihn natürlich ja nicht kaputt machen. Das heißt, jetzt müssen wir wieder hochgehen. Und die Eisenspitzhacke mitnehmen. Auf jeden Fall, Leute, wollte ich euch nur eben die Info da lassen. Bitte, bitte, bitte. Ich, wenn ich sage oder ich mal irgendjemanden einladen darf, wovon ich nicht ausgehe, weil ich hier nichts zu sagen habe. Aber ich schlage schon auch Leute vor, wenn ich weiß, die spammen nicht, die machen das nicht, die machen das nicht. Aber wenn ich sehe, dass die Leute, die zwanghaft auf den Server wollen, ganz ehrlich, Leute, dann empfehle ich diese Leute auch nicht weiter. Warum sollte ich das tun? Das macht es noch schlimmer. Und nur, dass das jetzt gesagt sei, ihr macht es somit nicht besser. Gut, zack. Dann nehme ich das raus. Ähm, genau, wir wollten eigentlich eine neue Spitzhacke. Ich schaue mich gerade nur um, wo ich mein Eisen habe. Wo ich mein Eisen, Leute? Ah, hier. Nehme ich zwei Eisenspitzhacken mit. So. Zwei. Oh, habe ich jetzt überhaupt, habe ich gar kein Holz mehr? Nein, habe ich kein Holz mehr? Ich glaube, oh doch, hier. Ähm, ja. Also ich hoffe, das ist jetzt geklärt, weil natürlich spiele ich gerne mit euch, aber unter diesen Umständen macht es mir persönlich überhaupt, also wirklich in keinster Weise Spaß. Und ich hoffe, dass ihr das alle gut verstehen könnt. Und ich meine, das ist ja eh nur ein kleiner Teil, der so tickt. Aber trotz alledem gibt es immer wieder Leute, die man da wohl irgendwie davor sagen muss, so, halt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Weil das anscheinend viele einfach nicht verstehen, dass jemand so wie ich auch vielleicht man einfach eine Runde dort aufnehmen möchte oder eine Runde privat spielen möchte. Aber derzeit ist es bei mir ohne Premium und ohne, ähm, ohne irgendwie einer Nick-Funktion nicht möglich, auf diesem Server ordentlich zu spielen, da ich einfach zu sehr zugespampt werde. Und ja, jetzt gehen wir erstmal hier in den Eta. Oh, hier ist wenigstens Tag, das ist schön, aber wir gehen jetzt von Tag in den Eta und mal gucken, vielleicht müssen wir dort den Shader sogar deaktivieren. Müssen wir auf jeden Fall so. Oh. So. Oh. Okay. Okay. Ich war hier noch nie in dieser Welt mit diesem Texture Pack, deswegen, äh, fahre ich mich nur gerade, ah, das müsste glaube ich Seelensand sein. Das ist Seelensand. Bam. Und, ah, und das ist dann hier wahrscheinlich dieser Quarz, den wir auch brauchen für die Level. Gut. Oh, oh mein Gott. Oh, oh mein Gott, Leute. Oh, mein Gott. Das war jetzt mal knapp, Leute. Ich dachte mir gerade so, hui, jetzt hat er aber unsere letzte Stunde geschlagen, dann wäre ich schon ein bisschen traurig gewesen. Das muss ich schon sagen. Aber gut. So, erstmal hier schon den Quarz abbauen. Und ja. Ich muss jetzt dann echt mal mit jemand anderem aufnehmen, ja? Ich hole mir jetzt dann bald den Gas dazu, weil das kann es ja nicht sein, dass ich hier ständig nur, oh mein Gott, wie sieht dieses, ey. Oh mein, oh mein, oh mein Gott. Sieht aus wie ein Monster. Sieht ja aus wie so ein Dirtface. Alter Schwede. Aua, ich habe das doch so gut geschlagen. Nein. Du stirbst jetzt. Ja, okay. Das möchte sich wohl mit uns anlegen. Aber dann, komm doch her, komm doch her zu mir. Komm doch her. Ich werde noch sterben, Leute. Ich werde, ich sehe es jetzt schon. Ich werde noch sterben. Hör auf. Hör doch auf. Komm, was habe ich dir denn getan? Das ist so unsportlich von dir. Weißt du das? Weißt du das? Du bist ein unsportlicher Typ. Unsportlicher Typ bist du. Oh, Leute. Jetzt können wir auch noch flüchten vor diesem, vor diesem komischen Ding da. Oh. Ach, Mensch, Leute. Fallen wir hier mit unserem Steinschwert, was ja ach so toll ist. Wir müssen hier einfach weg. Wir müssen hier einfach weg. Sonst haben wir hier keinen Frieden. So. Ich klaue mich jetzt hier einfach mal runter, weil ich gesehen habe, dass hier unten schön Quarz gibt. Ich habe gehört, bei euch gibt es Quarz im Angebot. Würde ich mir ganz gerne mal holen. Und. Watzleger. So. Perfekt. Aber irgendwie, das dauert so lange. Wir haben jetzt noch nicht mal ein ganzes Level bekommen. Aber wir haben auch noch nicht viel abgebaut, ne? Muss ich auch sagen. Ich würde sagen, ich gehe mal hier rüber. Weil mir ist das ein bisschen zu gefährlich mit diesem Gast, ehrlich gesagt. Ich glaube, der möchte mich nämlich schön heimtückisch töten. Ich glaube, das ist so ein, ich sehe, Psycho-Gast irgendwie. Aber warte, dann gehen wir hier rüber. Ich glaube, das ist perfekt hier. Weil da drüben scheint einiges an Quarz zu sein. Oh, hier, ja, hier haben wir auch gleich Quarz. Ja, hallo. Na, alles klar bei dir? Ich wollte nur mal fragen, ob ich dich mitnehmen kann. Das wäre äußerst charmant und äußerst nett von dir. Und, ja, ich... Oh. Oh, die Werkbank wollte ich doch noch gar nicht platziert. Okay. So. Ähm. Mittlerweile ist es schon so, dass ich mich, ich glaube, vor zwei Tagen für 2.000 Abonnenten bedankt habe. Jetzt muss ich mich mittlerweile schon für 3.000 Abonnenten bedanken. Äh. Danke, 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 danke. Das bedeutet mir so unglaublich viel. Ähm. Das ist so was, wo ich sage, damit hätte ich niemals gerechnet. Ähm. Also. Das freut mich einfach nur so unglaublich zu sehen, wie sehr Leute hinter mir stehen. Und einfach nur danke. Einfach nur danke. Mehr kann ich, glaube ich, dazu gar nicht sagen. Außer einfach nur ein fettes, fettes Dankeschön an alle. Weil, ähm. Nur durch euch kann ich sowas hier machen. Und nur durch eure netten Kommentare, ähm. Finde ich auch die Motivation. Ähm. Finde ich auch die Motivation für YouTube. Und das ist sowas, wo ich sage, das ist nicht selbstverständlich. Und deshalb wollte ich mich einfach mal bei euch bedanken. So. Und jetzt. Hallo. Ich möchte hier bitte endlich durch. Wie fett ist der Berg denn hier noch? Ich möchte hier bitte endlich durch. Och Mann. Bis wir da hinten sind und Quarz abbauen können, ist sowieso unsere Spitzhack schon kaputt. Das wird nämlich echt sehr, sehr kritisch werden. Und das finde ich nicht, das finde ich nicht angenehm, ja? Nicht sehr angenehm. So. Ich möchte hier bitte durch. Danke. Okay. Oh, ich glaube wir sind da. Hallo. Wir sind da. Gleis 9, 3 Viertel. Hallo. Willkommen in Hogwarts. So. Ähm. Also irgendwie, ich check das hier gerade nicht. Wo bin ich denn? Wo befinde ich mich denn? Kann ich das mal irgendwie schauen? Wo ich mich gerade so befinde? Weil ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Ich bin, ich bin irgendwo im Nirgendwo. Okay Leute, so geht das natürlich nicht. Das kann ich natürlich nicht machen. Ich muss runter. Aber ich weiß nicht, wo es runter geht. Oh, hier ist Quarz. Ja, das ist natürlich toll, wenn vor der Haustier Quarz ist. Das finde ich natürlich wirklich sehr, sehr schön. Und jetzt erstmal hier schön den Quarz abbauen. Und der Minusnüt ist wieder da, wie ich sehe. Finde ich nicht, äh. Äh, finde ich nicht gut. Ja, wahrscheinlich. Finde ich sehr, sehr gut. Hallo. Denn dann kann nämlich in Zukunft auch mal eine Folge mit ihm kommen. War ja eigentlich auch schon längst geplant. Aber er war ja dann im Urlaub. Und ja, ist natürlich dann nicht so toll, wenn man aufnehmen möchte. Aber die Person im Urlaub ist. Unfreiwillig. Aber gut. So. Leute, das kann es doch nicht sein. Hier gibt es ja gar kein Ende. Das ist ja ein unendlicher Kreislauf hier. Das ist doch nicht gut. Aber wenigstens finden wir hier auf dem Weg immer Quarz. Das ist ja dann auch nicht schlecht. So. Zack. Perfekt. Ich werde auch immer ganz oft gefragt, wie man eben auf den Server kommt. Ich glaube, das habe ich in den letzten Folgen ganz, ganz oft beantwortet, wie man hier auf diesen Server eingeladen wird. Und ich denke, dass ich das nicht immer jede Folge hundertmal beantworten muss. Am besten ist es einfach, wenn ihr so einen Kommentar lest, einfach einen Link zu meinem Video dazu gebt, wo ich das Ganze beantwortet habe. Ich glaube, das war in euren Zuschauerfragen. Ich glaube, da habe ich die Sachen auch beantwortet. Weil immer alles doppelt und dreifach zu beantworten ist nicht so gut. Vor allem, ich verstehe es natürlich, es kommen auch immer neue Leute auf den Kanal. Die kennen sich dann natürlich nicht aus, was ich gesagt habe und so weiter. Aber am besten einfach verlinken, dann können sich die Leute schön anschauen. Und dann passiert da auch nichts. So, den ganzen Quarz hier baue ich jetzt noch ab, der hier ist. 25 Level haben wir ja schon. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Aber könnte natürlich immer besser sein. Und jetzt ist es dann aber auch gleich so weit, dass ich die Folge wieder beenden muss. Und wir haben in der Folge nichts sonderlich Produktives geschafft. Aber es war mir halt einfach wichtig, das mal loszuwerden, weil... Ähm... Hä? Nein? Okay, anscheinend wurde er sein Haus verwüstet. Nein, ich war das nicht. Ich war das auf jeden Fall nicht. Aber... Naja, bei mir ist so ein Penis im Holz. Und Sachen kaputt. Lol, Komma... Nee, war ich nicht. Und ein Schild mit Klappe, du Arschloch. Lol, Komma... Lass das mit Lock... Blocks überprüfen. Von Saf. Ja, da scheint es jemand sehr auf den Minus Dude abgefahren zu haben, ne? Und ich gucke immer in die Facecam. Ähm... Und ich gucke immer in die Facecam, obwohl die Facecam gar nicht an ist. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war es von der heutigen Folge Minecraft Leben. Ich hoffe wirklich, dass ihr euch jetzt endlich das Thema... Wie komme ich auf den Server und so weiter... Jetzt, dass ihr das jetzt wisst. Und dass ich da keinen Einfluss drauf habe. Und wenn ihr mich immer fragt und wenn ihr mich zuspammt und so weiter... Macht das Ganze nicht besser. Und ihr kommt nicht eher auf den Server. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, macht's gut. Haut rein, haltet die Ohren schreif. Und... Ciao!